Der Turmfalke ist der häufigste Falke Europas. Typisch ist das häufige Rütteln. Dabei steht er fast in der Luft und hält nach Mäusenausschau. Das Männchen ist etwas kleiner als das Weibchen. Kopf und Schwanz sind beim Männchen grau, der Rücken rotbraun. Die Brust ist kräftig gefleckt. Weibchen und Jungvögel erscheinen im Gesamteindruck braun. Turmfalken brüten oft in Kirchtürmen oder wie hier in Kästen an Öffnungen von Scheunen. Diese fast flüggen Jungvögel warten auf die nächste Fütterung. Das Männchen hat eine Maus erbeutet und übergibt sie an das Weibchen. Der Turmfalke ruft in Nestnähe wimmernd und vibrierend. Häufig hört man auch scharfe Kikiki-Rufe. Trumfalken brüten